Liebe Freunde, heute ist Wahltag und heute habt ihr die Möglichkeit, euch eure Freiheit zurückzuholen. Mit meiner Stimme für den RFS wähle ich die Rückkehr zur echten Normalität. Ich wähle den Ring freiheitlicher Studenten, weil ich wissen möchte, wofür meine ÖH-Beiträge verwendet werden. Ich wähle den RFS, weil ich ohne linke Zensur und Indoktrination und ohne Zwänge studieren möchte. Ich wähle den Ring freiheitlicher Studenten, weil es die einzige Fraktion ist, die sich für die Vereinbarkeit von Studium und Familie einsetzt. Ich wähle heute den RFS, weil ich auf eine patriotische Hochschulpolitik viel Wert lege. Ich wähle heute den RFS, weil mir der Genderzwang auf den Keks geht. Ich wähle heute den RFS, weil mir eine familienfreundlichere Hochschulpolitik wichtig ist. Nutzt eure Möglichkeit, geht wählen und setzt ein starkes Zeichen mit einem Kreuz beim RFS. Mut zur Freiheit. Mut zur Freiheit.